Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Von Berthold Brecht ist der Leitspruch der seit 1999 bestehenden Kanzlei mit Hauptsitz in Rosenheim. Als Dienstleister nutzen wir modernste Arbeits- und Kommunikationsmittel, um ihr Problem so bequem und bürokratisch, effektiv und kostengünstig wie möglich zu lösen. Wir hören Ihnen zu. Wir interessieren uns für Sie. Für uns sind Sie nicht nur ein Fall oder eine Akte. Mit fachlicher Kompetenz, fundierter juristischer Arbeit, Ideenreichtum und Hingabe lösen wir Ihr juristisches Problem. Dr. Herzog Rechtsanwälte. Wir beraten Sie professionell und vertreten Ihr Recht erfolgreich.